Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und der Boden, der fusselt, da tritt man sich vielleicht auch was Dreck von draußen mit in die Wohnung rein und da muss man jedes Mal saugen und das stresst einfach nur das Gemüt und es geht doch intelligent mit Reinigungshilfen. Ja jetzt aber nicht die Reinigungshilfen, die Sie meinen, dass man da irgendwen kommen lässt. Nein, nein, Sie haben Ihre Reinigungshilfe ganz intelligent schon zu Hause. Wenn Sie jetzt heute hier in dieser Sendung bestellen und das ist wirklich Komfort der absoluten Extraklasse, aber das auch noch super bezahlbar jetzt hier. Und das finde ich wirklich hervorragend, gerade wenn es um das Thema Fensterputzen geht oder Fensterreinigung, liebe Kati, weiß ich, dass da die einen oder anderen die Hände über den Kopf zerschlagen werden und sagen, nein, ich hasse es, oder? Ja genau, aber es geht ganz einfach, zum Beispiel mit einem ganz intelligenten Fensterputzroboter. Ja, Fensterputzroboter ist eigentlich noch untertrieben, ist eigentlich so ein Allround-Reinigungsroboter, den wir Ihnen hier präsentieren dürfen und den ich Ihnen wirklich ans Herz lege, weil der hat neuste und intelligenteste Technologie verbaut und der unterstützt Sie im Haushalt und das ist so was, ja da kann man nur sagen, bitte ja komm zu mir nach Hause, hilf mir, weil man möchte diese Arbeiten gar nicht mehr alleine machen. Es nimmt nur gerade das Fensterputzen, die wissen es wahrscheinlich, unheimlich viel Zeit in Anspruch. Es ist sehr anspruchsvoll, dann körperlich natürlich auch, man ist stundenlang beschäftigt, man muss nach oben an die Fenster, man muss nach unten an die Fenster, man muss sich bücken und das ist etwas, da hat man vorher schon aufreibende Nerven quasi, wenn man nur daran denkt, hier wird diese Arbeit gemacht. Und das auch sehr, sehr sorgsam, wir sehen Ihnen hier direkt im Einsatz an einem Fenster, ich zeige Ihnen das natürlich auch gleich hier nochmal bei uns im Einsatz. Weil wir haben hier ein Gerät, das wirklich mit dieser neuesten Technologie arbeitet, das sehr, sehr toll ausgestattet ist mit intelligenten Sensoren, mit einem Druck- und einer Lasersensor-Technologie. Und das macht die Reinigung hier wirklich super schön, egal ob Sie ihn jetzt außen oder auch innen ansetzen möchten und Sie können dabei dann entspannt auf dem Sofa sitzen bleiben und können in der Zeit etwas anderes machen, zum Beispiel einen Kaffee trinken. Oder Sie sehen es hier am Computer, was machen, wenn Sie möchten in der Zeit, weil dieser Roboter dank dieser intelligenten Technologie ganz eigenständig arbeitet. Sie brauchen gar nicht dabei sein, der macht das ganz von alleine und arbeitet, bis er fertig ist und meldet sich dann auch, wenn er die Arbeit erledigt hat bei Ihnen. Und dann können Sie ihn jederzeit ans nächste Fenster setzen. Und egal auch, welche Fenster Sie haben, das ist das Schöne, weil viele denken dann immer, oh, ich habe da vielleicht einfach doppelt, dreifach verglaste Fenster. Das ist ganz egal, welche Fenster Sie haben. Ja, ganz egal. Selbst Dachschrägenfenster, wenn Sie Dachschrägen haben, kein Problem, daran können Sie ihn ansetzen, dank dieser intelligenten Technologie, die wir hier haben. Oder auch große Wintergärten. Haben Sie vielleicht einen großen Wintergarten zu Hause? Ja, kein Problem. Der arbeitet hervorragend. Wir sehen das hier. Da sind überall Drucksensoren verbaut. Der arbeitet hier mit einer Andrucktechnologie. Deshalb kann man ihn wirklich an jeden Fensterflächen, jede Art von Fenster verwenden. Auch große Fensterflächen, selbstverständlich. Und dann sind hier Lasersensoren verbaut. Und das bedeutet, er erkennt dann auch die Fensterflächen. Er erkennt auch Schmutz auf den Fensterflächen sehr gut und fährt auf dem Fenster sehr schön hin und her. Und er kennt auch rahmenlose Fenster zum Beispiel. Und ich habe eingangs gesagt, das ist jetzt nicht nur eigentlich ein Fensterputzroboter, sondern eigentlich ist das viel, viel mehr, sondern eine Art Allroundputzroboter, weil Sie können ihn nicht nur an den Fensterflächen verwenden, sondern Sie könnten ihn theoretisch sogar auch an großen Spiegelflächen verwenden. Sie könnten ihn theoretisch sogar im Badezimmer verwenden, an Fliesenspiegeln oder sogar an der Duschkabine bei sich im Badezimmer. Weil der ist für jede Art von glatter Fläche zu verwenden und dank dieser intelligenten Technologie sogar an Fliesenspiegeln mit größeren Fugen. Weil da fährt er problemlos drüber, dank dieser Ansaug- und Drucktechnologie, die da verbaut ist. Das macht ihn wirklich zu einem Allroundputzroboter, den man zu Hause hat. Und da reinigt er alles perfekt ab. Wenn Sie möchten, eine Trockenreinigung, das sehen wir hier mit einem blauen Mikrofaserreinigungspad. Oder dann sogar eine Nassreinigung, wenn Sie möchten, mit einem gelben Mikrofaserpad. Das zeige ich Ihnen hier gleich auch nochmal bei uns an der Fensterscheibe. Da können Sie das Mikrofaserpad dann auch ein bisschen mit einem Reiniger befeuchten. Und dann fährt er ganz von alleine und reinigt so lange, bis er perfekt gesäubert hat. Danach meldet er sich durch ein Piepen und dann können Sie ihn abnehmen. Gesteuert wird das Ganze dann über eine Fernbedienung. Da geben Sie einfach einmal ein Reinigungsprogramm vor. Ich kann es Ihnen einmal hier von innen zeigen. Und es geht wirklich super einfach, auch die Bedienung. Sie setzen ihn einfach nur an die Scheibe an, schalten ihn einmal ein. Dann saugt er sich sofort an der Scheibe fest. Sie sehen das. Und der hält auch richtig fest. Schauen Sie, ich kann daran ruppeln und machen und tun. Der hält richtig fest an der Scheibe. Dann mit der Fernbedienung einfach einmal ein Putzprogramm der Wahl. Dann einfach auswählen. Das mache ich jetzt hier. Zack. Und dann fährt er hier direkt natürlich los und sucht sich hier seinen Weg auf der Scheibe und fährt direkt los. Und sobald er fertig mit dem Reinigen ist, meldet er sich. Und dann kann ich ihn natürlich auch umsetzen, wenn ich möchte. Kann ihn dann, wenn ich mag, auch nach außen an die Scheibe setzen. Das ist perfekt. Ich muss nichts mehr machen. Ich habe keinen Stress mehr. Ich könnte mich jetzt so wie wir aufs Sofa setzen und könnte mich entspannen. Und mein Fenster wird perfekt gereinigt. So einfach kann der Haushalt intelligenterweise sein, liebe Zuschauer. Für 284,91 Euro. Natürlich auch eine ganz fantastische Investition, die Sie hier vor allem auch in Ihre Gesundheit machen. Nicht mehr auf irgendwelche Leitern klettern zu müssen, sich nicht mehr da auf Flächen begeben zu müssen, um höher zu stehen, um an jede Ecke zu kommen, die gefährlich sind. Und vor allem natürlich auch, die vielleicht Ihrem sowieso schon etwas angeschädigten Rücken nicht so gut tun. Oder zum Beispiel auch Ihrem Gemüt. Ja, es geht nämlich hier nicht nur um die physische Leistung, die man beim Fensterputzen erbringt, sondern natürlich auch um den psychischen Stress, den man sich einfach macht. Und natürlich, ich bin da auch bei unseren Damen, die sagen, Mensch, ja gerade auch in der Nachbarschaft, das ist bei uns einfach so ein Muss, immer gepflegte und saubere Fenster zu haben. Dass man hier auch nicht auf die Hilfe von wem anders angewiesen ist, wo man sich dann jedes Mal schlecht fühlt. Vielleicht auch zu fragen, Mensch, könntest du dann alle zwei Wochen mal vorbeikommen, um bei mir das Fenster zu reinigen? Sich hier jetzt auf den Profi-Fensterputzroboter verlassen zu können, den selbstständig anzusetzen, eine Sicherheit zu Hause zu haben und vor allem das vollkommen unabhängig von anderen Personen. Ist er fertig, piepst er und sagt dann quasi auch mal, Mensch, ich kann jetzt weitermachen. Weitermachen, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt zugreifen. Wir schauen mal kurz auf perl.de, was Sie heute sparen, denn der kostet regulär natürlich deutlich, deutlich mehr. Da sind wir bei knapp 600 Euro. Auf perl.de schon auf knapp 300 Euro für Sie reduziert. Aber nur jetzt hier in dieser Sendung auch für 284,91 Euro. Die bestellen nun mal die NC3909 und die 569. Und wir dürfen Ihnen da wirklich gratulieren, dass Sie sich jetzt nicht nur zu diesem Fensterputzroboter entschieden haben, sondern generell zu einem Reinigungsroboter, der auf allen glatten, auf allen unebenen, auf allen ebenen Flächen bei Ihnen zu Hause angewandt werden kann. Und da sehen wir es, wie es bei Ihnen nicht mehr aussehen wird. Keine teuren Unternehmen mehr kommen lassen. Nicht mehr selbst in solche Höhen oder sich auf solche Höhen begeben, sondern jederzeit strahlende Fenster von innen und von außen haben und das ohne sich verrägeln zu müssen. Dank des intelligenten Profi-Fensterputzroboters. Das ist nur heute einmalig für 284,91 Euro. Versandkostenfrei bekommen Sie dann alles, was Sie heute über den Tag verteilt bestellt haben, ausgeliefert. Mit der NC3909 und der 569. Liebe Zuschauer, wir haben aber nicht nur Fensterputzroboter, sondern wie eingangs schon gesagt, ist natürlich auch die Bodenreinigung, die Bodenpflege etwas ganz Entscheidendes. Und ich bin gestern nach einem verlängerten Wochenende in Holland wieder zurückgekommen. Und ich muss dir sagen, Kathi, immer bevor ich aus dem Haus gehe, wird der Boden gesaugt. Keine drei Tage aus der Wohnung raus. Ich weiß nicht, woher der Staub kommt. Der Hund war auch im Urlaub. Alles wieder auf dem Boden voll. Da habe ich ja schon gleich wieder so einen Hals. Clevererweise wäre es natürlich schön, wenn ich das quasi schon auf dem Rückweg anordnen könnte. Hallo, kann denn da jemand mal den Boden saugen? Ich bin gerade auf dem Rückweg vom verlängerten Wochenende. Geht das? Das geht. Wenn Sie einen Roboter hätten, einen intelligenten Roboter, der sich um Ihre Bodenpflege kümmert, oder? Das wäre doch schön. Der, während Sie vielleicht nicht zu Hause sind, schon mal den Boden saugen würde. Das wäre doch toll. Ja, und das machen wir jetzt hier möglich mit ganz intelligenter Technik. Schauen Sie mal da drüben. Da steht schon Ihr neuer Freund, da ist er schon, ein Staubsaugerroboter. Und der, und das ist jetzt das Tolle, der kann nicht nur staubsaugen, sondern der würde, wenn du es möchtest, deine Wohnung auch gleich mit wischen. Der kann nämlich staubsaugen und wischen. Das ist nämlich noch schöner, ich weiß. Weil Staubsaugen ist natürlich das eine. Staubsaugen und Wischen ist nochmal das andere. Deshalb finde ich den ganz grandios. Und das Schönste ist, wir haben jetzt bei diesem Staubsaugerroboter hier nicht nur einen Wahnsinns-TV-Sonderpreis. Muss ich ja mal sagen, weil wir wissen ja alle, solche Staubsaugerroboter fangen an. 800, 900. Genau. Wenn du mal einen günstigen erwischt, bist du mal bei 500 Euro. Aber normalerweise liegen die ja preislich nochmal höher. Und das ist ein Staubsauger- und Wischroboter. Und der ist jetzt hier wirklich preislich super. Und er hat heute hier einmal natürlich eine Fernbedienung mit dabei. Das heißt, ich kann den per Fernbedienung, jetzt wenn ich das möchte, hier losfahren lassen. Und kann ihn reinigen lassen mit natürlich der Fernbedienung mit dabei. Super toll das Ganze. Das ist immer so eine Standardsache. Und dann fährt er mit der Fernbedienung los. Ich kann ihn dann aber auch mit der Fernbedienung, wenn ich das möchte, direkt wieder an seine Ladestation zurückfahren lassen. Weil eine Fernbedienung, seien wir mal ehrlich, eine Fernbedienung ist schon das Erste. Das haben ja die meisten. Das kennen wir ja von vielen Robotern. Hier, wir haben jetzt bei dem hier die Möglichkeit, uns eine App auf unsere Smartphones zu holen. Und dann können wir den Roboter mit der App steuern. Und können hier mit der App sagen, er soll saugen. Wir können ihn, du hast es gerade gesagt, per Putzplan programmieren, wenn wir das möchten. Und wir können hier jetzt auch, wenn wir das möchten, uns eine Mapping-Funktion anzeigen lassen. Das heißt, du siehst dann direkt, wie deine Wohnung gereinigt worden ist. Das heißt, ich kann hier jetzt auch, wenn ich sagen möchte, starten. Dann fährt er hier los. Schauen Sie, er fährt gerade unten los. Und fährt jetzt hier bei uns direkt los. Kann ihn hier natürlich auch fahren lassen, wenn ich es möchte. Dann sehe ich die Reinigungsdauer, die er schon gemacht hat. Ich kann ihn von hier aus natürlich auch, wenn ich möchte, wieder zur Aufladung zurückfahren lassen. Auch kein Problem. Das macht er dann auch. Aber ich kann ihm halt auch einen Putzplan programmieren. Das ist sensationell. Ich sehe hier dann auch, wenn ich das möchte, wie lange er gefahren ist. Sehe, wo er lang gefahren ist. All solche Sachen. Das ist natürlich dann hier auch optional möglich. Also super genial. Und ich habe hier bei diesem Staubsauger-Roboter noch eine weitere Funktion. Und jetzt kommt es. Ich könnte den theoretisch, wenn ich das möchte, mit meiner Stimme steuern. Weil wenn wir jetzt gemütlich so auf dem Sofa sitzen und ich habe jetzt mein Telefon, sage ich mal, nicht dabei. Sehe jetzt aber gerade, ach, da unten ist gekrümelt worden. Dann kann ich das Ganze sogar, wenn ich über so ein Voice-Service-System verfüge, kennen Sie vielleicht auch, so ein bekanntes. Ich sage jetzt den Namen noch nicht, weil sonst würde es ja gleich losgehen. Dann kann man das Ganze auch steuern. Ich mache das Ganze jetzt mal, um das zu zeigen. Alexa, sage Zauberbot, starte Reinigung. Zauberbot startet Reinigung. Schauen Sie mal, weil dieser kleine Freund, der heißt Zauberbot und der reinigt dann, wenn ich dem Alexa-System das Ganze sage. Und dann fängt er hervorragend an, hier direkt einfach hier zu reinigen und fängt an zu putzen. Sie sehen natürlich auch Teppiche, gar kein Problem. Also wirklich toll gemacht. Alexa, sage Zauberbot, beende Reinigung. Zauberbot beendet Reinigung. Ach, das ist ja klasse. Ist das toll? Also ich finde es mega genial, weil jetzt kann man natürlich auch mit der Stimme das ganze System hier steuern, wenn man das möchte. Ich könnte ihn natürlich jetzt auch zurück zur Aufladestation fahren lassen. Sie haben hier immer die Uhrzeit auch vorne im System mit drin. Und ich möchte Ihnen einmal das Bürstensystem zeigen, wie genial das ist. Wir haben nämlich hier ein Dreifach-Reinigungssystem mit den Bürsten. Das ist übrigens auch der einzige von unseren Staubsauger-Robotern, der dieses System hat. Wir haben hier natürlich diese zwei Seitenbürsten. Das haben eigentlich alle Staubsauger-Roboter mit dabei. Aber wir haben hier in der Mitte noch diese zusätzliche Rollenbürste mit dabei. Die ist hier wirklich ganz neu auch verbaut. Die kann man auch entnehmen und dann reinigen. Das ist natürlich ideal auch bei Flusen, bei Tierhaaren. Du hast es angesprochen, auch wenn Sie Katzen oder Hunde zu Hause haben, ist diese Bürste hier ideal. Die hat hier auch noch so Silikonlamellen eingearbeitet, um wirklich auch den kleinen feinen Staub noch hier mit aufzunehmen. Die ist wirklich sensationell. Also diese Rundbürste, die hier zusätzlich eingearbeitet ist als dritte Bürste. Und das hat wirklich nur auch dieser Reinigungsroboter, den wir hier haben. Dann sind hier die Sensoren eingearbeitet. Der erkennt natürlich auch Stufen zum Beispiel, Absätze, Hindernisse automatisch. Dann haben wir hier im vorderen Teil, was wir hier jetzt gerade sehen, das ist der Aufsatz zum Wischen. Wir haben zwei Aufsätze für Sie im Lieferumfang mit dabei. Einmal den Aufsatz für nur den Staubsauger-Aufsatz. Der ist für Sie mit dabei, wenn Sie nur staubsaugen wollen. Das hier ist der Wischaufsatz. Da ist das Mikrofaser-Wischtuch dabei. Da können Sie hier in den Wassertank dann das Wasser einfüllen. Da gehen hier 200 Milliliter Wasser hinein. Können Sie natürlich auch ein bisschen Reiniger reinfüllen. Und dann wird das Ganze hier einfach vorgesetzt. Und dann wird gewischt und gestaubsaugt. Also beides direkt zusammen. Das macht dieses Gerät einfach zu einem Wisch- und Staubsauger-Roboter. HEPA-Filter ist mit integriert, selbstverständlich. Für dann auch die Allergiker. Es ist ein geniales Gerät, muss man ganz klar sagen. Also durch diese multifunktionale Steuerung, die wir hier haben, das ist einfach ganz was Tolles. Und für unter 500 Euro so toll. Hab ich noch nie gesehen, liebe Zuschauer. Das ist der absolute Hammer, was Sie hier bekommen. Oder? Und vor allem zu diesem kleinen Geld. 284,91 Euro. Und der Porto und Versand geht auch auf uns. Schauen wir kurz auf Pearl.de, liebe Zuschauer. Denn da kostet der in der Sekunde jetzt gerade knapp 300 Euro. Natürlich regulär deutlich teurer. Das ist so ein Staubsauger-Roboter-Modell, das eigentlich im Handel mindestens 800 oder 900 Euro kosten würde. 300 Euro auf Pearl.de, für Sie das Privileg, jetzt zu bestellen für 284,91 Euro versandkostenfrei. Aber wir hören gerade, dass natürlich auch der Fenster-Putz-Roboter in der Profi-Variante gerade schon stark bestellt wird. Deshalb wiederholen wir da nochmal kurz die wichtigsten Punkte für Sie. Der hat auch 284,91 Euro, nur hier heute in dieser Sendung gekostet. NC 39, 09 und der 5600. Ist aber auch richtig, dass man da zugreift, oder? Natürlich. Also bei der Technologie, die ich hier habe. Und ich kann ihn ja jetzt perfekt für meine Fenster verwenden. Gerade wenn ich da Terrassentüren habe. Wenn ich große Fenster habe. Man macht sich ja so einen Stress immer. Man nimmt so viel Zeit und auch wirklich dann die Gefahren einfach auch in Kauf. Das sollen Sie nicht. Bitte machen Sie das nicht. Denken Sie an Ihre Sicherheit, bestellen Sie sich so einen intelligenten Roboter. Und Sie können ihn ja nicht nur für die Fenster verwenden. Das ist ja wirklich eine einmalige Investition. Und Sie können ihn ja dann auch zum Bad reinigen verwenden, für die Duschkabine, für die Fliesenspiegel. Das ist ja wirklich was Tolles, so ein Allround-Putz-Roboter. Definitiv. NC 39, 09 und die 569 wird Ihnen mit allen Pipapos geliefert. Also mit dem Netzteil, mit dem Sicherungsseil, mit den verschiedenen Aufsätzen. Ach, mit allem, liebe Zuschauer, und der Fernbedienung. Ja, und da kommen wir dann auch wieder zu unserem absoluten Highlight. Und es ist ein Staubsauger-Roboter, der richtig intelligent ist. Auch für 284,91 Euro. Versand kostenfrei mit der NX 3221 und der 569. Ja, der ist doch toll, oder? Und er arbeitet automatisch, wenn Sie das möchten. Und dann Alexa, sage Zauberbot, starte Reinigung. Zauberbot startet Reinigung. Und dann fährt er automatisch los und macht Ihre Wohnung sauber. Oder Sie programmieren sich einen Putzplan, das geht ja auch. Dann macht er das auch ganz von alleine. Das ist wirklich toll. Also so schön. Oder über die mitgelieferte App, die ist ja kostenlos. Können sich auf Ihr Smartphone runterladen, egal was Sie da für eins haben. Oder dann natürlich auch mit der Fernbedienung, wenn Sie das möchten. Also das macht wirklich richtig Spaß. Und dann geht das ganz toll los. Also super toll das Ganze. Und dann müssen Sie sich um Staubsaugen gar keine Gedanken mehr machen. NX 3221 und die 569. Und unser kleiner Staubsauger-Roboter ist sogar so intelligent, dass er jetzt gerade mal vor den Kameras saugt. Und auch dort alles picobello nicht nur saugt, sondern auch wischt. Auch hier bekommen Sie natürlich das umfangreiche Zuber-Set gleich mit dazu. Jetzt heißt es zugreifen und bestellen. Sie haben sich doch tolle Vorsätze für das neue Jahr gemacht. Sie wollten sich doch mehr zurücklehnen und entspannen. Und deshalb darf man auch guten Gewissens sich so eine intelligente Reinigungshilfe nach Hause zu bestellen und sagen, Mensch, habe ich auch Selbstständigkeit. Und meinem Rücken tut das Ganze auch noch gut, dem Gemüt, der Beziehung oder der Ehe vielleicht auch. Und so wird der Hausputz ganz alleine quasi gemacht von Ihren intelligenten Hilfen. Und Sie können sich entspannen und die Zeit besser nutzen und genießen. Das haben wir sich verdient. Viel Spaß beim Bestellen.